Oh ne, boah, da kommt wieder so einer von diesen Zweibeinern angerannt. Ich muss erstmal nach rechts. Der will mir bestimmt, bestimmt an den Leib. Was ist das für ein komischer Zweibeiner? Der, der versucht immer näher zu kommen. Oh, ich muss hin und her rennen. Jetzt, jetzt guckt er mich an, der streckt die Hand aus. Ne, was? Ich will das nicht, ich will das nicht, ich will das nicht. Aber ich komm hier nicht weg. Ich komm hier nicht weg. Oh, ich kann, ich, 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 was soll ich bloß machen? Was soll, was soll ich machen? Was, was mach ich jetzt? Verdammt, was mach ich jetzt? Was, hey, keiner da, der mir hilft. Wo ist mein Herrscher? Der andere Zweibeiner, der mir normalerweise zu fressen gibt. Wo ist der, wo ist der? Nein, fuck. Der will näher. Ah, ich hab Angst, ich hab Angst, ich hab Angst. Nein, ich will nicht, ich will nicht. Bam, 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 mit dem Fuß. Okay, ich, ich pisse mir erst mal auf den Boden jetzt. So, Erleichterung. Aber, der ist immer noch nicht weg. Das hat ihn nicht verschreckt. Boah, was mach ich? Ich, ich hab keine Ahnung. Ich hab zwei Beine, der verfolgt mich. Der will irgendwas von mir. Aber, aber ich hab keine Ahnung. Der will bestimmt mein, mein Fleisch. Der will mich aufessen. Aber, aber ich lass es nicht zu. Ich renn weg. Aber, aber dieses dämliche Seil. Aber ich, komm einfach nicht weg. Ich versuch einfach so wegzuhören. Komisch, jetzt nimmt Abstand. Aber, aber ich find trotzdem keine Entspannung. Was mach ich jetzt bloß? Okay, ich renn ein bisschen hin und her. Das passt schon. Da wird er denken, dass ich ganz normal chillig drauf bin. Vielleicht geht er dann weg?